hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft hunger games hier ist der richard was nein ich spiel mit dem bash hunter genau sag mal hallo du hast ja schon reingelabert philipp und ich haben uns jetzt auch minecraft endlich mal gekauft ja sonst immer hier schön illegal gespielt ist nicht illegal das ist einfach das ist ja immer der single player und so der ist ja kostenlos schütze nein doch den kannst du kostenlos spielen eine doch eine test auf der internetseite ja den single player kannst du nicht kostenlos spielen doch doch gold crack nee da gibt es auch es gibt auch eine möglichkeit den legal zu spielen vorhin war ich so weit oben und jetzt schaffe ich dir nicht mehr also jetzt stammst du mir im weg hier schlag dich runter komm her hier kann man nicht schlagen ich vergaß ich vergaß ich vergaß ja genau nein danke meine güte meine güte meine güte wann geht es denn los warte ich schaue mir jetzt hier mal erst kurz an was für maps es überhaupt gibt weil ich die alle kennen wo geht es denn rein wie findest du eigentlich diese umhänge von optifine ich kann was da jemand in den chat geschrieben hat der schwasti next tracks was ich hasse dich wo bist du sehe ich dich bin direkt gegenüber von dir oh ja wo rennen wir hin in den wald in welchen hinter dir da zu dieser gelben frau da da zu mir zu dir scheiße das ist so gefährlich aber ich werde versuchen ich werde erst mal alle leute wegschlagen ok haha ich bin weggekommen warte einer verfolg dich ich weiß scheiße die jagt ist auf mich eröffnet oder wie nö 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 kiste nicht erschrecken ich folge dir jetzt einfach mal ich bin hinter dir ich schütze dich von hinten nein ich hab zwei schräter wo in meiner hand dann gib mir eins warte gib mir eins ich will eins ich will eins komm her schnell warte ja warte wir ja danke komm nimm auf so sehr gut jetzt verpissen wir uns ein bisschen die richtung noch da vorne ist gebäude da vorne irgendwo ich hab da was gesehen wir ja ich jetzt auch oh ja ich glaube hier ist was da oben ist eine kiste drauf oben wie kommt man da hoch ja okay ich schaue mir goldschuhe dran und alles zweimal oder nur einmal einmal leider hier ich habe ein goldpanzer scheiße jetzt habe ich den apfel nicht mitgenommen ich aber sehr gut brauchen wir nicht oder ich habe ich habe auch pass auf da ist einer da ist einer ja den holen wir uns der hat eine kiste der skater abgelenkt töten wir ihn wo der da kommt töten töten alter ist das laggy oh scheiße ja sorry du bist in mich reingelaufen boah ich komme nicht an die ran alter die satte gut sind wo meine 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 äh wie tief geht es denn da runter ja schnell wieder nach oben schnell 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 okay hier rüber darüber wo bist du ja wir gehen wieder hier ans hier an land ans ufer ein iron ingot bekommen ich habe gar nichts bekommen erwarte hier hat sie hier das hat schon hose ich glaube iron leggings ja gut so dann hier da vorne ist einer siehst du den aber ich glaube der ist schon gut ausgerüstet wo bist du hinter mir wenn das mit dir ja die feiten sich gerade glaube ich ich habe jetzt nicht mehr auf das ist jetzt mit dem holzschwert ich habe jetzt nicht mehr ich gehe auch jetzt aua der hatten bogen der hatten bogen der hatten bogen der hatten bogen da oben kommt einer der hatten bogen der hatten schwert der hatten schwer aber hier aber lebst du noch ja aber ich vermute mal nicht mehr lange okay wo bist du bist in meine richtung gelaufen nein nicht weg von dir ja sorry bringt es was wenn man hier schweine tötet er essen nein doch ich würde sagen der hat mich gesehen hilfe okay ich habe nur ein holzschwert ich brauche ein besseres schwert also wenn du zu mir kommen willst ich gehe zu diesem großen ja warte kurz insel fliegen ding warte der versucht auf mich einzuschlagen aber ich bin noch zu weit weg so jetzt hat ja ich habe ihn gekillt nein 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 hinter mir ist einer hoch 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 zwei da sind zwei fuck 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 ich lebe noch renn okay okay ich muss jetzt einfach so schnell wie es geht schwimmen 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 oh mein gott bitte schwimmen schneller sind die noch da oh ja die sind noch da ach so da siehst du mich nee warte kannst du mir mal zu hilfe kommen bitte nein ich bin gerade dabei irgendwie so einen turm zu erklimmen ich habe keinen plan was ich hier mache ein turm ja steinschwert ja super ich renne hier weg mit typen mit eisenschwertern ja ich habe jetzt steinschwert ach komm 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 kohle habe ich ach komm jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr raus ähm moment alter warum leckt denn der server gerade so da ist ein leckiges server ist nein nein kannst du mir jetzt zugucken ja okay warte ich such dich nein 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 hallo hallo ich such dich ja ich finde nein nein nope oh ey vielleicht nicht runterspringen müssen aber egal nein da ich hab dich ja und da oben drauf war ich gerade also siehst du kannst du mich eigentlich sehen wie ich fliege nein äh spectator sind unwichtbar okay warte ich sag dir mal ob hier in der nähe welche sind haha arschig ja mein gott ey da hier ist ne kiste siehst du die oh pass auf hier äh über dir ist einer da ist noch einer hinter dir hinter dir pass auf hinter dir oh da ist noch ein dritter glaube ich bist tot ja ich schlag sie auch oh fuck das geht ja nicht na fuck der passiert bist du tot ja leute einfach wie die einfach haha wie der einfach die ganze zeit sein teammate abschießt ja also okay das war jetzt nicht so ne geile aufnahme also wir haben äh ich glaube ich hab ich glaube ich war 15. tribut kann das sein keine ahnung damit beenden wir jetzt mal die erste aufnahme wie viel tof sah ich denn also ich glaube wir haben keine 15 minuten gespielt oder okay nein du hast 12. tribut ja okay also ciao leute bis zum nächsten mal will sie nicht auch tschüss sagen naja tschüss oh mein gott ciao